Lothar, bleib mal hier! Na toll! Hallo ihr Lieben, wir sind gerade auf dem Weg zum Strand. Wir haben alle Hunde dabei. Heute Morgen war Nadine mit Diego, Lotta und Jessie schon am Strand und auf dem Rückweg kam hier aus einem der Grundstücke so ein kleiner Terriermix rausgeschossen. Ist kurz stehen geblieben, hat vielleicht so ein bisschen abgecheckt welcher Hund ist das schwächste Glied der Kette und hat sich dann auf Lotta gestürzt und Lotta hat jetzt eine kahle Stelle auf der Nase und so zwei kleine Kratzer. Ich habe das mit Octinisept desinfiziert. Das ist nicht ganz so schlimm. Jasper ist gerade bei dem Grundstück stehen geblieben, wo der Hund rauskam. Er ist sehr sehr sauer. Kann ich nachvollziehen. So, unser Vermieter hat für seine Besucher zwei Kanus da stehen gehabt und das eine haben wir heute mitgenommen. Also gepackt mit irgendeinem Kram. So, da sind wir auch schon am Strand. Lotta, 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 bleib mal hier! Na toll! Äh, Sven! Passt die noch mit rein? Also, Säb! Oh mein Gott. ад,深, þuns fast es kann. Aber da seid ihr dürftsальная jede weitere chiffor meningst thousand 추가. Und ansiedeln Dirnd ein paar Brücken. Also, ebenso, dass ihr aber mit Brücken sie bei Leben legally bietet. In LinkedIn Drsta hat ja sie dirinfugt mit regnaden. Also, ebenso, wie danke,하지! Me? 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 Na, bist du paniert? Ja? Bleib mal hier. Was? Du hast den Kanal noch nicht abonniert? Dann aber los! Du hast den Kanal noch nicht abonniert? Du hast den Kanal noch nicht abonniert?